Hi Leute, wenn ihr vom 16. bis zum 20. August noch nichts geplant habt, kommt jetzt der absolute Oberhammer. Für jeden Metal-Fan Pflicht, das Summer Grease 2016. Ohne Scheiß, dieses Jahr ist das leider einfach nur der Hammer. Ich allein wäre jetzt viel zu, um die alle aufzuzählen. Also, ich zeige es mal kurz so. Diese ganzen Bands würde ich persönlich sehen. Dann ist das ein ganzer Arsch voll. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles schaffe. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Dieses Jahr wird von der Abreise bis zur Heimreise alles gefilmt, alles dokumentiert. Und das Geile an der Sache ist, ich darf sogar in die VIP-Area. Und dort bin ich mit drei Leuten schon verabredet. Mal gucken, was da noch so rumläuft. Auf jeden Fall ist dabei DarkSiffler, mit dem, welche übrigens ein Bierchen bringen. Noch ein paar andere YouTuber, aber die lerne ich dort vor Ort erst kennen. Und dann haben wir noch was ganz Besonderes. Dom R. Carey von Equilibrio. Schrägstrich Novgaard. Heißt ja. Er hat mir versprochen, wird mir auch ein Bierchen zu trinken. Und Noctur Obductor ist auch vom Start. Und wer weiß, vielleicht kriege ich noch das ein oder andere Interview. Auf jeden Fall seid ihr immer live dabei. Ich werde noch ein paar Aufnahmen vom Camping-Area machen. Von dem Areal an sich. Vor der Bühne werde ich natürlich auch Aufnahmen machen. Also ich werde alles schön zusammenpacken und dann zusammenschneiden. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt auch da zu sein. Also auf dem Video und auf dem Breeze. Es lohnt sich definitiv. Für mich und für euch. Wir sehen uns dort. Zum Schluss noch ein paar Videos von letztem Jahr. Um die Atmosphäre einzufallen. Bis dann. Viel Spaß. Wir sehen uns. Bis dann. Bis dann. Du bist so. Es ist esstatt Way. Bis dann. Mit Angst. Da. Und Sch å manure. B Save dein Herz. B Du bist da. Quasi. Schrauben Sie. Untertitelung des ZDF, 2020